ja man ja ok bitte bereit jetzt sind wir ganz schnell die amox kriegen klatschen und so weiter bitte die ranger auf die range konzentrieren so sollst die fernkämpfer abschießen lasst nichts an die heiler rankommen das ist ein großer auch den stun würfel rein ich weiß also wenn es mal hier mal nur raten wie verzweifelt wir dann hier verbregt sind dann kommt wieder im motor auch mal die stun würfel raus oder? ne 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 ich schieb auch schon auf jetzt und nächste welle da hinten jetzt die andere seite wieder ein großer da wüffel aufheben wir müssen erstmal mal raten nächste wave nächste wave unser halter ist was dort also wir müssen jetzt mal einen heiler beschützen hinten kommt die nächste wave so hier die seite dann nehme ich die andere seite auch ich krieg keinen visier oh ich krieg grenzen visier auch ich krieg keinen visier auch ich krieg kein visier auch ich krieg kein visier der heiler nächste wave kommt Da ist der dicke Boss Da ist der dicke Boss Nimmst du den, kaltst du den mal weg Erstmal die Ads wegmachen oder was? Ja, ja, fokussiert doch nicht auf die Ads Da bin ich jetzt in Schlechtemgang gekommen, sorry Kein Problem Wir brauchen einen Heal Boah, der schmeißt auch wieder die Dinger Bin tot Anahe, anahe Wenn der Tag-Speed oder Laufschnitt hat sich deutlich verringert, ist los Der Starlink ist der Connected Demo Team Hauptsache, wir schaffen diesen Raum jetzt so schnell mit zweiten Versuche-Ratio, ne? Noch haben wir den Raum nicht geschafft Naja Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Ja-Garana gibt die schon auf Der Raum ist vorbei Ja, das war's dann.